Über 2 Millionen Euro an Dividenden pro Jahr, das könnte bei uns ab 2063 der Fall sein. Darauf auf unsere Aufteilung nach Ländern, das ist ein neues Feature, plus auf die Wochenperformance, darauf schauen wir in diesem Video. Damit wieder schön, dass du dabei bist, wir springen direkt rein und fangen mal nach der Aufteilung der Länder an. Denn das ist eine neue Funktion, die bei Katrin dazugekommen ist, die wir persönlich gar nicht so uninteressant finden. Ihr habt hier schon den Bereich gesehen, sprich Regionenverteilung, Nordamerika, Developed Europe, die Namen ändern sich hier auch öfters mal und auch die Aufteilungen. Beim letzten Mal war noch der Europaanteil etwas größer, jetzt wurde aber hier auch das Vereinigte Königreich rausgerechnet und hier sehen wir zum Beispiel, dass wir hier allein mit 420.000 Euro investiert sind und hier rechts seht ihr auch die einzelnen Aktien, das ist die Shell, Unilever, Rio Tinto, British American Tobacco und der Anteil vom ETF. Interessant wird es, wenn wir uns hier zum Beispiel mal den Europe-Anteil anschauen, da sehen wir hier wieder die einzelnen Aktien, das Ganze ist eigentlich relativ schön gelöst und auch Asien im Merchant, das ist der Anteil am ETF, da müssen wir nicht näher drauf angehen, aber wenn ihr GetQuinn noch nicht habt, klickt euch mal über den Link in unserer Landingpage da drauf und dann könnt ihr das Ganze auch mal für euer Depot anwenden. Wie gesagt, ist teilweise echt interessant zu sehen, wo die einzelnen Schwerpunkte, sei es Regionen oder auch Sektoren im Depot sind. Und was jetzt noch dazu gekommen ist, dass wir auch nach Ländern selbst filtern können. Das heißt, hier seht ihr jetzt, wir sind mit 50% der Aktien in den USA investiert. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, seht ihr hier primär wieder der ETF und dann geht es los mit Starbucks, ExxonMobil, Broadcom. An der Stelle muss man wieder dazu sagen, ja, die Aktien sind in den USA ansässig, aber natürlich sind das global agierende Unternehmen, die auch global agierend Umsätze erzielen und ja, zumindest mal mehr oder weniger unabhängig sind von der USA. Klar haben wir Aktien wie zum Beispiel eine McDonalds, die in Amerika etwas mehr Umsatz erzielt als in anderen Regionen, aber auch da, das Ganze kann variieren. Wenn ihr das mal euch anschauen wollt, geht es über den Aktienfinder zum Beispiel, da gibt es eine Gewinnflussrechnung und ihr seht auch die Umsätze nach Ländern, wo sie herkommen. Als nächstes Deutschland und ja, jetzt kann man schon wieder fast vom Homebuyer sprechen. 23% nur in Deutschland investiert, ist natürlich nicht wenig. Nichtsdestotrotz, wir haben hier eine Siemens mit dabei. Die Siemens lief bei uns sehr, sehr gut, wenn wir uns das Ganze anschauen. Fast 70% hier im Plus, 70.000 Euro liegen es hier nach oben. Das Ganze ist echt nicht verkehrt. Als zweite Position die Allianz mit 120.000 Euro, die Deutsche Post. Die drei liefen gut und wir haben natürlich auch welche, die liefen nicht gut. Das ist in dem Fall eine Bayer, eine Porsche und eine BASF. BASF hier mit 172.000 Euro ist ein kleiner Fehler. Wir hatten BASF verkauft, ungefähr 150.000 Euro. BASF ist noch im Minus, aber keine 172.000 Euro, da scheint wohl gerade ein Fehler zu sein. Plus der Anteil vom MSCI World ETF hier mit ungefähr 1%. Das heißt, auch der ist in Deutschland selbst investiert. England, Frankreich, andere. Japan ist vielleicht noch für den einen oder anderen interessant. Haben wir nur über den World ETF mit dabei. Ja, und hier China, Taiwan, die ganzen Länder, die jetzt hier gleich wiederkommen. Indien, Australien. Das sind alles Länder, die im ETF dabei sind. Und die bei uns leider auch dadurch verschwindend gering aufgelistet sind. Was noch interessant zu sagen ist, hier England zum Beispiel, das sind vier Aktien, wo wir die Dividenden quellensteuerfrei bekommen. Das ist ein Doppelbesteuerungsabkommen so rum. Das heißt, Aktien bzw. ausschüttende Aktien aus England haben hier zum Beispiel einen kleinen Vorteil. Gerade zum Beispiel verglichen mit den Aktien in Frankreich. Ich meine, unterm Strich gibt sich das nicht unbedingt viel. Beziehungsweise bei Frankreich schon, weil die Quellensteuer, die da erhoben wird, beziehungsweise auch die Finanztransaktionssteuer schon nochmal einen kleinen negativen Aspekt darbieten. Aber hier England ein bisschen interessanter. Genau, neben der Länderaufteilung auch die Währungen. Da fliegen wir jetzt aber viel schneller drüber. Wir haben 50% in Dollar, 33% in Euro. Das sind auch so die beiden großen. Dann haben wir noch Pfund, Yen, Hongkong-Dollar, andere Schweizer Franken. Neuer Taiwan-Dollar. Ja, also hier auch nochmal kurz die Währungen. So, und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir schauen nämlich mal, warum wir anscheinend bald über 2 Millionen Euro an Dividenden pro Jahr kassieren könnten. Das Ganze findet ihr hier beim Dividenden-Tab und ihr seht ja unten auch schon die aktuellen Summen. Also wir bewegen uns so aktuell zwischen 125.000 und 150.000 Euro pro Jahr. Und hier gehen wir mal auf den Tab Prognosen. Und Prognosen ist eigentlich ein ganz gutes Tool. Auch wenn man das natürlich immer mit Vorsicht genießen muss. Erwartetes Wachstum, 6%. 6% ist eigentlich bei Dividenden-Aktien schon machbar. Klar, wir haben eine 3M, die zum Beispiel weniger steigert. Aber wir haben auch eine Starbucks dabei, die wiederum deutlich mehr steigert. Das heißt, wir gehen mit den 6% tatsächlich so weiter, wählen als Zeitspanne 40 Jahre aus. Das ist einfach das Maximale, was hier so geht. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, in 2025, also in zwei Jahren, könnten wir mit 150.000 Euro rechnen plus Minus. Wie gesagt, wir rechnen ja jetzt schon für 2023 mit 50.000. Da müssen wir einfach mal schauen. Da sind die Steigerungsraten vermutlich noch nicht ganz so drin. Beziehungsweise noch nicht die ganzen Dividenden, die wir dieses Jahr bekommen würden, mit denen hochgerechnet wird. Wenn wir uns jetzt hier mal aber langsam etwas durchklicken, sehen wir 2031 schon über 200.000 Euro, die eigentlich gesetzt sind. 2035 kratzt man die 300.000 Euro. Und dann entwickelt sich das Ganze hier hinten exponentiell. Der Zins ist Zins. Wer ihn kennt, der verdient ihn. Wer ihn nicht kennt, der bezahlt ihn. Auf jeden Fall kommen wir hier in 40 Jahren, sprich im Jahr 2043, auf ein pessimistisches Szenario von 900.000 Euro Dividende pro Jahr. Oder eben auch mindestens, also im Durchschnittsszenario knapp 1,5 Millionen oder optimistisch mit 2,2 Millionen Euro. Jetzt nehmen wir mal ungefähr so die Mitte zwischen erwartet und optimistisch. Sagen wir mal 1,8 Millionen Euro, die wir hier bekommen. Die teilen wir mal durch 12. Dann sind das 150.000 Euro brutto pro Monat an Dividenden. Dann rechnen wir mal 30% nochmal raus, wegen Steuer und Beweis, wie es sich in 40 Jahren entwickelt. Dann sind das immer noch 100.000 Euro pro Monat netto an Dividenden. Und das ist das Thema mit dem Dividenden-Schneeball-Effekt, den ihr kennt. Solange der Schneeball noch klein ist, beziehungsweise klein ist, ist ja immer relativ. Und macht euch da jetzt keinen Stress, wenn euer Depot vielleicht erst 100 oder 1.000 Euro hat. Alles cool, jeder fängt mal an. Auf jeden Fall, am Anfang wird der Schneeball erst langsam größer. Aber wenn er da mal ins Rollen kommt und immer größer wird und voluminöser wird, dann lohnt sich das Ganze. Wie gesagt, wir würden das Ganze hier mal ein bisschen in Klammern setzen. Ich meine, 40 Jahre sind noch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und da kann sehr, sehr viel passieren. Es kann sein, dass wir auf ein Persimales-Szenario kommen, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, dass wir sogar weniger Dividende bekommen als heute. Ist zugegeben eher unwahrscheinlich. Aber es kann passieren. Aber es kann natürlich auch wesentlich mehr sein. Vielleicht ein bisschen greifbarer hier so die Prognosen für das Jahr 2033. Das ist in 10 Jahren. Da sind wir bei 250.000 Euro. Und in 10 Jahren ist doch die Wirtschaft ein bisschen prognostizierbarer. Auch das würden wir wieder in Klammern setzen als in 40 Jahren. Deswegen eine interessante Grafik. Auch ein bisschen was zum Schmunzeln. Aber man sollte es jetzt hier nicht so ernst nehmen. Interessanter sind dann hier natürlich die Jahresdividenden, die auch schon wirklich angekündigt sind, prognostiziert sind. Im Vergleich dazu, ja, zu eben in 40 Jahren plus. Genau. Als nächstes schauen wir uns noch die Wochenperformance an. Und ja, auf Wochenperformance ist tatsächlich viel passiert. Wir hatten ja gerade am Donnerstag, Donnerstag Christi Himmelfahrt, beziehungsweise Vatertag, je nachdem, wie man es kennt. Wir haben die Börse an dem Tag gar nicht so verfolgt, auch wenn die Börsen natürlich offen waren. Es ging hier erstmal abwärts. Das heißt, wir hatten am 16. Mai, so gegen 22 Uhr, 22 Uhr ist vielleicht noch repräsentativ, sagen wir mal 20 Uhr hier, ungefähr 30.000 Euro an Verlusten. Danach ging es aber dann stetig, stur und stetig nach oben bis hier zum 19. Mai, 16 Uhr, auch wieder eine repräsentative USL mit 35.000 Euro plus. Ihr seht es schon, wir steigern so langsam wieder ein bisschen den Portfolio-Wert Richtung den 3 Millionen. Das hat jetzt auch lang genug gedauert und es ist auch leider immer noch sehr weit weg. Aus der Woche rausgegangen sind wir dann mit einem relativ kleinen Gewinn. Warum klein? Weil es einfach weniger als ein Prozent ist. 0,76 Prozent mit knapp 22.000 Euro. Sieht soweit erstmal ganz gut aus. Man darf jetzt natürlich nicht vergessen, sich auch mal mit den großen Indizes zu vergleichen. Und da, das müssen wir dazu sagen, die Performance yesterday, beziehungsweise auch in den letzten 1-2 Monaten vom Nasdaq, die hat bei uns alles ausperformed. Klar, wir haben die eine oder andere Aktie, wie zum Beispiel eine Siemens, die sehr, sehr gut lief. Aber unterm Strich hat uns der Nasdaq ausperformed. Ist aber auch in Ordnung, wenn wir auf, ja, seit Start 2022 zurückschauen, sieht es für uns immer noch nicht schlecht aus. Und man darf ja auch den Cashflow nicht vergessen. Und wir hatten es auch in den Kommentaren mal gelesen. Nasdaq und auch Alphabet. Alphabet hätte alles ausperformed. Ja, wenn ihr am richtigen Moment eingestiegen wärt, wenn ihr am richtigen Moment verkauft hättet. Und das sind wie viele, wer es hätte, möglich. Aber im Endeffekt ist es immer abhängig. Wie investiert ihr? Wie ist die Volatilität in eurem Portfolio? Wie ist die Risikostreuerung bei euch im Portfolio? Und klar, es gibt immer einzelne Aktien oder auch jetzt hier der Nasdaq, der auch vielleicht die letzten 10 Jahre besser performt hat. Aber es ist halt immer eine Frage, wie sicher wollt ihr anlegen? Und wir müssen zugeben, ja, ein bisschen Risiko können wir schon definitiv tragen. So ist es nicht. Aber prinzipiell, wir finden es schön davon, dass wir jederzeit von den Dividenden in Anführungszeichen leben könnten. Es würde noch nicht ganz reichen. Liegt aber daran, dass wir zu zweit sind und Familien haben. Aber trotzdem 150.000 Euro an Dividenden, davon könnte man definitiv schon leben. Klar, mehr geht immer, muss man dazu sagen. Aber es wäre schon möglich. Aber uns ist es, wie gesagt, wichtiger, einfach hier auch unser Geld ein bisschen zu schützen. Also es gibt ja so ein bisschen einen Unterschied zwischen Vermögensaufbau und Vermögenserhalt. Wir sind natürlich noch im Aufbau, aber nicht im aggressiven Aufbau. Von daher soll es das jetzt wieder für dieses Video gewesen sein. Es gab jetzt wieder drei Punkte. Lasst uns gerne mal euer Feedback da, wie die Dividendenvorhersage bei euch angekommen ist. Wie gesagt, wir betrachten sie mit einem kleinen Schmunzeln. Aber natürlich hat sie auch bestimmt ihre Daseinsberechtigung. Und von daher ein schönes restliches Wochenende euch. Wir hören uns wieder im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und bis dahin ein schönes Wochenende.